So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Teil 3 bei diesem äußerst interessanten Spiel ähm wo ich gerade fertig gemacht werde ach, Bladdi hat deinen Schuss noch gehört von zwei Gegnern ich dachte von Verbündeten ja gut, Verbündeten ist er ja bestimmt auch insgeheim der Kriegstand bringt doch eigentlich gar nicht, oder? doch, natürlich bei mir bringt der mir irgendwie keinen Angriffsschaden die hat man, konnte man nur einmalig bekommen so ganz, wie ich nicht konnte man nur einmalig bekommen hier ja ah, schade das ist auch gut so das war auch die machen der Kriegstand macht, ich habe gerade geguckt aber nur noch 20 Prozent ja, das reicht glaubst du, schau mal schnell wie schießen äh, das hat doch nur die Angriffsstärke ja, genau machen wir hier nach noch ein Spiel machen wir hier nach noch ein Spiel, oder? ja, ich kliess mir auf jeden Fall in meiner Nacht den Streamer aus ich glaube, jetzt habe ich eine gute Counter-Inhalt hier wieder mal gefunden ja, ich glaube, ich bin ein Spiel richtig fertig gemacht mit dem Punkt was ich dachte, Joshua war auch am Anfang fast raus ja fast um dacu hat mir auch 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 aber und ich hab mir den Dürt gemacht ich hab mir den Dürt gemacht ach so, der ritten nicht was? oder mit wem habt ihr Gott geredet? Entschuldigung. Das ist ein großes Geheimnis, aber man kann es rausfinden. Geh einfach mal alle Gebäude, die es gibt, durch. So habe ich es auch rausgefunden am Ende. Das ist der Kaffung. Langsam gehen wir die Ressourcen aus. Finde ich sehr gut. Ja, aber du darfst das auch gar nicht mehr so viel haben. Doch, doch, ich habe noch genug. Ich habe extra vorher schon einiges an Wirtschaft angesammelt. Wie hattest du da? Ich weiß es nicht auswendig. Ich muss mich gerade ein bisschen aufs Spiel konzentrieren. Wie hast du jetzt noch? Ja, so 7.000, 8.000 jeweils. Ne, 9.000. Was? Ja, ich pumpe einfach mal ein bisschen nach dann. Ja. 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 Komm schon. Ja. Ja. Das ist jetzt halt echt hart. Ja, das kriegst du nicht abgewehrt. Ne. Keine Chance. Ja. T, T. Was hat er denn? Ach komm. Ach komm. Ich glaube, du hast hier keine Freunde gemacht gleich. Ja, ich meine es war ein Spiel. Und ich meine jetzt ist es immer noch ein Spiel. Ich nehme es dir jetzt auch nicht übel, dass du mich jetzt fertig machst. Es ist am Ende so. Trotzdem will ich jetzt hier ihr schon noch ein bisschen fertig machen. Auch wenn ich verliere, dann gewinnt halt Falkmut. Ich gönn's dir. Du musstest einiges erleiden unter mir. Was lange Falkmut gewinnt echt noch. Ja, natürlich gewinnt Falkmut. Wer denn sonst? Könnt ihr auch kämpfen bitte, Dorfbewohner? Alter Falkmut, wie hast du es geschafft, dich so wieder aufzubauen? Respekt. Respekt. Ist gar nicht so schwer. Wer kann, der kann ja. Ja. Ich bin ein Siedlerkrieg so schnell. Ja, durch den Kriegstanz, ne. Ja. 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 Ja, das ist aber immer so. Ja. 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 ist es ungefähr gleich stark du hast ihn sogar in den punkten falken wurde ich würde sagen eben zusammen auf und dann sind wir die gleichen gewinner ja die gemeinsamen gewinner die gleichen gewinner damit würde ich jetzt nicht abwenden als falkenmuth nene weil wir uns beide so gut aufgebaut haben ja den angriff verlierst du glaube ich ja schon ja was hat er denn auch Armee hat sich kaputt er hat noch Hunde-Soldaten zum Beispiel oh geil ist es jetzt in der Mitte angekommen von den Punkten ja es ist echt schade ich war mal ich habe mal fünfhundert Punkte oder über fünfhundert Punkte bis 600 läuft die Eko doch nicht mehr so gut ja gut wenn die Eko vernichtet wird ne Taku ich würde ich mal interessieren was Falken gut alles hat ich weiß ja nicht mal wo er ist ich glaube der kommt gleich zu dir ja der ist überall auf der Base oder auf der Welt oder ich hab keine Ahnung ich weiß auch noch ich weiß immer noch nicht wo er genau ist geil was macht den Ziegler hier der sucht Zuflucht und die Tag ich bin ein bisschen was geschossen ich bin ein bisschen was ich weiß nicht nein nein ich will wenigstens Dorf erkunden Lauf Laufdorfen Feindliche Siegler läuft gemütlich der läuft gemütlich in den Tod ja hm Sonntagspaziergang was gibt's hier so hallo wo noch ein Feld schön ja guten Tag ach du scheiße ach du scheiße ach du scheiße was denn no rip Taku nein mein Eko Kaga Chang Kaga du Hundesohn ja aber wenn ihr mehr Leute tanzen lässt dann wird doch der Kriegsruf da besser oder ja ja dachte ich auch ja warum lassen beide dann nicht 100% da drauf ja ich check's irgendwie nicht der letzte Kämpfer der letzte Krieger den ich habe verhindert gerade dass du angegriffen wirst Joshua ist eigentlich gar nicht mal so schlau komm ich gleich mit dem letzten Krieger den ich hab Joshua an nachdem er mich hier so gestört hat das wirst du mir büßen aber der Kampflieger war gut für dich auch schon ja würde ich auch sagen ja würde ich auch sagen weil Falkenmutter nicht diesen Kriegstrangster macht oh was hallo wie geht's denn so wie geht's denn so hm tot ja Falkenmutter heißt dort jawoll Alter das Gaius Falkenmutter immer noch nicht gefunden hat echt ein Wunder mhm ja ich hab ja gut ich sehe ein bisschen was von Falkenmutter aber ich weiß nicht ist das seine Hauptbase mhm ich hätte irgendwie mehr ich hätte echt erwartet der ist irgendwie überall und nirgendwo mhm mhm man weiß es halt nie ne mhm ja also Josh muss jetzt muss der Gegenpush kommen ne ja wenn ich wüsste wo er ist aber ich hab ne Idee oh fuck was mach ich das war der falsche Science hast du keine Kraft zum Scouten? nö läuft ja ne ja mhm mhm das war richtig so ein Netzarm müssen wir unbedingt nochmal machen doch bitte nicht ja so aber ist da überhaupt Platz bei Spray Space das sind doch alles voller Marktplätze vollgepummert oder? dachte ich die ganze Zeit nee ich hab da nur noch 6 Stück ach hattest du nicht mehr? ja und alle von Bloody zerstört auch nachdem ich raus war achso ja dann hat Bloody so ein bisschen Raum geschaffen so Raumbeschaffungsmaßnahme für du läufst falsch Joshua übrigens das ist immer ein Anzeichen dafür dass du richtig läufst Joshua ich dachte du willst gegen Falkenmuth kämpfen Joshua den belgischen finden würde? falsche Richtung du musst ganz im Norden hin ganz im Norden ja genau nein er ist exakt in der Mitte der Karte glaube ich hä nein ne irgendwie nicht der ist gerade bei mir hier warst du unterhalb von nun? ja schau er ist bei dir hier also Leute ihr habt einfach keinen hä der ist doch in der Mitte oder? nein also auch aber die Base von ihm die Base ist die Base ist das ist einfach so lustig komm deine Base sind die Schnauze komm willst du nicht Dings angreifen mach ich doch von die bei ähm weil das vollkommen ausreicht hier mit dem Laptop zu reden in der Landau das reicht aus Prozent Prozent jetzt gibt es Probleme bei der Schuhe die Gitarren nicht war man und das soll es nun ja 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 das ist gut und eine frage was aber das ist mal ffa wie es leid und lebt oder leute Was sagt ihr? Warum macht ihr die Feuerstelle nicht voll? Ach, hier ist gerade noch voll. Das bringt doch viel mehr dann bei diesem Kriegstanz. Ja, aber ich brauche halt auch noch Ressourcen, um was zu bauen, ne? Ja. Ich habe keine Ressourcen mehr. Warte, dem ist die bei mir fast voll. What the fuck, was hat Falken Wodott denn jetzt noch gebaut? Oha, woman. Fähnichtung. Okay, das ist das. Och, nein. Alter, wo hast du denn die ganzen Einheiten her? Ich cheatet. Ja, das ist jetzt blöd, ich auch schon. Nee, nee. Oh, fuck. So, die werden das jetzt reißen. Hm, ich glaube, ich traue. Klar. Brauchst mehr. Ja, ich bin glücklich, dass ich kein Gold habe. Oha. Also, der Schwerer hat Falken Wund die ganzen Ressourcen. Das frage ich mich auch. Der hat, glaube ich, sogar Max Siedler. Skill. Hm, ja, nicht Max Siedler. da kunstig war man nennen an nicht sein dort sind so blöd der kritische Führung Da habe ich auch fast Max Siedler, aber ich kriege fast keine Ressourcen zusammen. Obwohl, du könntest Glück haben. Oh, du könntest wirklich Glück haben. Wird Joshua gerade fertig gemacht? Nein. Wird er gerade angegriffen? Nein. Wieso nochmal könnte ich Glück haben? Joshua, wirst du gerade angegriffen? Ja, vor Falkenmuths Base Sheet. Geil ist, du machst das schon, oder? Ich weiß jetzt gerade nicht, was schlauer ist. Ja, wenn du Falkenmuth mich killst, dann verlierst du. Genau, dann verliere ich, wenn ich den kille. Ja, er killt mich jetzt, also hast du dann gewonnen. Ja, gut, wenn er jetzt das schon sagt, dann muss ich ja leider... Ja, angreifen. FFA, Leute. Kannst du meine Kürten machen? Nee. Nein, komm nicht dran. Ja, gut. Ach, what the fuck, ich glaube. Nur dort unten. Hä, hast du aufgegeben, du bist raus? Oh, cool. Oh mein Gott, jetzt kommt sie echt zum Endfight. Wie viel hat der noch an der Armee? Ich habe gerade schon sehr Angst. Ich habe gerade ein bisschen sehr viel Angst. Die Punkte sprechen wieder für dich. Genug für dich, oh je. Oh je. Macht ihr alle hier nach Schluss, oder wie? Jupp. Ja, es ist... Spät genug. Jo, geil, jetzt hat er mit Abstand die meisten Ressourcen. Was, danach kann ich? Wie vertragst du denn so viele Einheiten rausbekommen? Oh, ich habe die meisten Kits gemacht, mach die Ruhe. Freude. Freude? Oh, Freude. Ich sage mal, er hat wirklich eine halbe Stunde seine Echo wieder aufgebaut. Alter, jetzt ist das FFA geht seit einer Stunde und sieben Minuten. Alter, geil, es ist einfach voll auf Echo-Boom gegangen. Ist auch immer geil, Blatt. Ich kam mit 125 Mann an, ist runter auf 19. Dann kam er wieder mit 12 an, ist runter auf 0. Und dann am Ende hat er mich bekommen, scheiße. Ja, ich glaube geil, es macht das, oder? Oh, das ist eine ganz knappe Sache gerade. Da eine Axtreiter. Wie lange spielt hier noch? Also nach dem Spiel ist Schluss. Alter Scheiße. Nee, ich habe es gerade aufgemeldet. Ich habe die Aufnahme zu benutzen, ich habe die einfach so abgebrochen. Das heißt, das ist die Falle der schlechten Scheiß-Qualität. Das heißt, das ist die Falle des umsonst gewesen, na geil, ja. Okay, genau, 100 Punkte Unterschied. Das ist aber gerade auch so, irgendwie Leben auf dem Limit. Das ist aber gerade auch so, irgendwie Leben auf dem Limit. Leben auf dem Limit. Das ist aber auch so, irgendwie Leben auf dem Limit. ja verdammt gg ja es war ein echt harter Kampf verdammt Leute wow hast du gewonnen aber das war so ein hartes FFA das hatte ich auch noch nicht muss ich sagen und vor allem mit einer Nation die ich überhaupt nicht gekannt habe ich wusste Feuerstelle ist ganz gut bei Indianern das war alles alles andere habe ich mir irgendwie jetzt ein bisschen beigebracht aber hat echt Spaß gemacht muss ich sagen an alle echt ein schönes game und das ist doch mal was interessantes jetzt gewesen oder dass man nicht ins dritte geht wie fandet ihr die Idee ja eigentlich ganz nice aber das nächste mal könnten wir das ruhig mit dritten zeitalter machen das nämlich die Einheiten viel viel größer ja aber dann wird es halt schon wieder ja können wir auch noch mal dann machen aber es wird noch mal in die statistik die hat jetzt am ende die meisten punkte weil ich so viele wieder verloren habe aber ich habe die meisten rohstoffe mit abstand alter blablabla ich hab 50.000 mehr und 40.000 mehr als joshua und dann 50.000 mehr als blablabla ich also das mit dem mit der wirtschaft habe ich irgendwie ganz gut hinbekommen wirtschaft Militär ja aber knapp nur die meisten kills joshua schön dass du die meisten nicht bekommen hast ja ich die bekommst du ja sonst immer oft in den statistiken ja aber ich war ja auch raus gewesen dann ja zu meinem zeitpunkt wo ich raus war hatte ich die meisten und bloody hat die meisten zerstörten gebäude obwohl er auch schon ewig lang raus ist auch nicht schlecht hier sehr geil bei spray bevorzugt der soldat zwei bären schwarzbär soll schauen wir noch mal auf die zeitlinie jetzt noch mal gespannt also dorf wo alle leute was hat denn ihr gemacht ich glaube ich bin hier richtig mit dorf wo dann abgegangen das problem ist wenn man einen leben einem wenn man zwei leute leben einem hat die ganze zeit mit einheiten kannst du halt keine eko bauen aber falkmuth ist echt hier jedes mal wieder zurückgekommen respekt daran falkmuth du hast echt gut gespielt und ich immer wieder aufgebaut und nie aufgegeben und ich meine du wurdest am ende zweiter platz also glückwunsch du hast joshua noch vernichtet hätte ich nicht gedacht zweitbester gewonnen joshua trittbester trittbester hätte ich auch nicht gedacht nachdem er von bloody so fertig gemacht wurde aber das ist halt ffa es kann einfach alles passieren ich hätte am anfang auch gedacht dass floh hier das ding gut machen könnte aber irgendwie am ende schauen wir mal die militärinheiten und so viele punkte ein auf und ab bei bloody hier minute 23 119 einheiten minute 24 19 einheiten hat aber 100 verloren dann eine minute später hat er wieder 112 noch mal eine minute später hatte eine das meine ich da war hat er die ganze zeit mich angegriffen das letzte mal hat es geklappt das ist dritte mal bei mir dann aber auch auf und hier ging es mal richtig bergab als ich mich joshua angegriffen dann hatte falkmuth mal richtig viele truppen und ich hatte null falkmuth hatte 117 und ich hatte echt null zwei stück und dann hatte falkmuth ganz viele verloren weil ihr gegeneinander gekämpft hat das war ich das war echt ein hin und her aber ich hoffe wirklich den zuschauern hat es genauso viel spaß gemacht wie mir das war echt ein richtig schönes ffa mal eine gute idee von uns gewesen und ja dann würde ich jetzt langsam zum ende kommen falls es euch gefallen hat lasst gerne einen like da schaut auch gerne bei den anderen kanälen mal vorbei und dann sehen wir uns sicherlich bald wieder bei age of empires 3 bis dahin alles gute euer gaius julius caesar auf wiedersehen tschüss